Bhagavad Gita, Vers 3.31 Wer seine Pflichten nach meinen Unterweisungen erfüllt und dieser Lehre ohne Neid und mit Vertrauen folgt, wird von der Fessel der fruchtbringenden Handlungen befreit. Erklärung Die Unterweisung des höchsten persönlichen Gottes, Krishnas, ist die Essenz aller vedischen Weisheit und sie ist daher ohne Ausnahme ewiglich wahr. Da die Veden ewig sind, ist auch die Wahrheit des Krishna-Bewusstseins ewig. Man sollte festes Vertrauen in diese Unterweisung haben und den Herrn nicht beneiden. Es gibt viele Philosophen, die Kommentare zu Bhagavad Gita schreiben, doch nicht an Krishna glauben. Sie werden niemals von der Fessel der fruchtbringenden Handlungen befreit werden. Aber ein gewöhnlicher Mensch, der festes Vertrauen in die ewigen Unterweisungen des Herrn hat, wird, selbst wenn er unfähig ist, solche Anweisungen zu folgen, von der Fessel des Gesetzes des Karma befreit. Zu Beginn des Krishna-Bewusstseins mag man die Anweisungen des Herrn nicht vollständig ausführen können. Aber weil man sich diesem Prinzip nicht widersetzt und ernsthaft handelt, ohne Niederlage und Hoffnungslosigkeit zu beachten, wird man mit Sicherheit auf die Ebene des reinen Krishna-Bewusstseins erhoben werden.